hallo leute und herzlich willkommen zurück zu neuen shop video hier auf meinem kanal und in diesem video werde ich euch den shop zeigen zum einen battle royale shop und rette welt shop diese videos werden jetzt soweit ich es schaffe natürlich täglich kommen immer so morgens irgendwann nach dem aufstehen werde ich das video aufnehmen und ja ich würde sagen wir gehen jetzt mal ein item shop und gucken uns an was drin ist ich glaube wir beginnen erst mal hier auf der ganz rechten seite mit den grünen items und zwar dieses glücksen aus der lackierung ich auf der kanone sieht die nicht wirklich auf der kanone sieht die cool aus finde ich zumindest vorbei auf der kanone so ziemlich jeder skin irgendwie cool aussieht dagegen auf den skins einfach mit diesem extrem komischen gelb sieht das absolut ekelhaft aus genauso hier dass die grünen elemente gehen ja noch aber dieses gelb sieht einfach nur unglaublich hässlich aus vor allem hier auf der sniper das sieht einfach nicht cool aus nach meinem geschmack wenn ihr eine andere meinung seit dann schreibt gerne in die kommentare dieser dieses backpack dagegen ist wirklich gut finde ich für 200 wie box mit diesem gold und dem glitzern oben drauf ist es auf jeden fall ein nettes backpack wenn man dazu natürlich die passenden skins hat kann man sich den natürlich kaufen dann gibt es jetzt auch von gestern auch den dublon regen den gab das ist ja ein riesen skin sozusagen vom schein regen also da wurde also scheine schmeißt gleicher beat wenn ihr den auch nicht habt dann könnt ihr euch auf jeden fall den kaufen wenn es wenn dieser mode euch überhaupt gefällt ich finde cooler als den schein regen weil es irgendwie noch ein bisschen cooler aussieht ja aber den kann man sich kaufen ich werde mehr skins nur kaufen wenn sie mir wirklich extrem gefallen es gibt jetzt auch wieder den weitschuss skin der rucksack ist auf jeden fall ganz cool so mit diesem sniper eben halt ist jemand sniper skin allerdings gefällt mir das gesicht nicht so es ist ja nur so eine roboter visier ist jetzt nicht mein fall aber wenn ich das gehen auf jeden fall gefällt könnt ihr euch kauf könnt ihr ihn euch kaufen für 1200 wie box geht auf jeden fall vollkommen klar jetzt neu gibt es den drei den drei stern der ist passend im prinzip zu den ninja skins ist auf jeden fall eine coole spitzhacke hat auch einen coolen schwert sound so jemals so wie es für ninja ist auch gehört sieht auch ganz nett aus wenn ihr ein passende spitzhacke noch zu den ninja skins sucht da könnt ihr euch den auf jeden fall kaufen und zusätzlich gibt es auch schuhplattler klassisch irisch folge mit dem fisch sieht das einfach extrem lustig aus jemals richtig dumm auf jeden fall ist das netter im auto könnt ihr euch auf jeden fall kaufen dann kommen wir zur linken seite zu den vorgestellten gegenständen die waren ja auch schon gestern drin jede spitzhacke ist auf jeden fall sehr cool finde ich ist etwas extravagantes hat auch so ein sehr interessanten sound so ein motorrad sieht ganz cool aus definitiv vorne noch mit lichtern dran heute gefällt mir dagegen der skin wäre cool wäre er nicht für 1500 wie box ich finde da gibt es deutlich bessere skins als den für 1500 wie box kommen nun zum grün skin ist auf jeden fall cool wenn euch dieses stil gefällt dieser irische look ist definitiv nice für 800 wie box ich würde ihn so für die mittleren skins für 800 wie box einschätzen es gibt ein paar bessere aber es gibt auch schlechtere skins als den dann kommen wir zur spitzhacke wirklich extrem coole spitzhacke hier mit dem grünen leuchten vom kleeblatt zum schönen regenbogen passt einfach alles zusammen allerdings ist dann immer die frage ob man dafür 1200 wie box ausgeben will das nur das größere wäre wäre so eine blaue spitzhacke natürlich ist eine spitzhacke wenn sie lila es muss ja 1200 wie box kosten allerdings finde ich immer so für eine spitzhacke 1200 wie box grenzwertig 12 euro umgerechnet sind schon eine menge auf jeden fall ist das auch der gleiche goldtop wie der das rücken accessoire und dann kommen wir zum letzten skin hier drin der feuerläufer und ich finde das der beste skin im shop der heute drin ist ich mag das einfach mit diesem rot goldenen diesen chinesischen stil und dann auch hier heißt six pack ne aber dieses ziemlich körper frei habe ihm als so angemalt alles mit schminke und dann dieses löwen gesicht mit den zwei hörner nochmal sieht einfach cool aus ich finde das eine der besten skins im shop vor allem für 1200 wie box finde ich den tausend mal besser als den den skin dort zusätzlich gibt es dann noch die pickaxe dies genauso cool wie der skin auch im rot goldenen und dann hier dieser dieses horn vorne hat auch einen sehr sehr coolen sound ad den finde ich wirklich einen coolen skin generell das set finde ich sehr cool und das würde ich euch am ehesten empfehlen zu kaufen dann zwitschern noch mal rüber zum rette die welt shop ich hatte heute morgen tatsächlich weil ich einmal im rette die welt shop schon reingekauft habe hatte ich ein bei den bei dem upgrade lama hatte ich ein lama wo dann mythische anführer der überlebenden drin war das habe ich mir natürlich direkt gekauft weil ich noch vier übrig hatte kostenlos jetzt habe ich nur noch drei übrig solltet ihr euch auch machen nahkampf lama nicht lohnswert da gibt es bessere in der sammlung die euch ganz easy erforschen können vor allem für 1000 feedbacks ist das ein bisschen viel hier drin gibt es nichts neues da gibt es immer noch donnerstag änderungen und das legendäre tollstadt slame für 1000 tickets ist auch nicht empfehlenswert da es besseres items wahrscheinlich geben wird wenn dann die frühlingslamas kommen werden ich hoffe euch hat das shop video gefallen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten shop video oder generell beim nächsten video wieder bis dahin ciao